Moin so Freunde, willkommen zurück zu Bowser's Fury, dem vierten Part des neuen Abenteuers für unseren beliebten Kempner. Und ich hab den Spielstart mal neu geladen und direkt hab ich schon gesehen, im Hintergrund ist hier ein blauer Schalter aufgetaucht. Das heißt, wir müssen hier wieder blaue Münzen sammeln und ich schätze mal, wir müssen den ganzen Turm hier einmal hochklettern. Den, äh, triggurischen Turm. Ich seh grad, da sind Münzringene da hinten. Für Plessy wahrscheinlich. Aber die zeigen wahrscheinlich nur den Weg ins nächste Gebiet. Naja, genau da hinten übers Schiff. Da hinten ist noch eine Katzensiege, seh ich gerade. Und da ist noch ein Gebiet, auf dem ich noch gar nicht war. Okay, äh, in dem ich noch gar nicht war. River Mara. Genau. Das war mir klar. Ja. Und denn die Spikes noch hier, oder sind die weg mittlerweile? Die scheinen nicht mehr da zu sein, alles klar, gut zu wissen. Das macht's ein bisschen angenehmer, da muss ich nicht ausweichen. Aber das macht's auch ein bisschen leichter, ne? Das wird's auch nicht vergessen. Oh, verdammt, das kann ich von vorne anfangen, glaub ich. Das wäre ich wohl nicht in Schaffene Zeit. Ja, die blinken schon, alles klar. Also von vorne nochmal. Da war ich ein bisschen übermütig. Egal, jetzt schaffen wir's, komm. Na, Mari, hoch. Da, hier runter. Das ist eigentlich voll easy, wenn man sich daneben springt, so wie ich eben. Hier geht's lang, genau. Okay, ich werd hier nicht verarscht. Aber sehr gut. Da haben wir's schon, okay. Das war dann doch nicht so schwierig. Angenommen. Aber da kommt man her. War ich wunderbar, oder? Ja. Easy. Tschüss, Cooper. Damit haben wir unsere Katzensignir. Und ich mach jetzt auch erstmal noch hier weiter. Also in generell in den Gebieten, in denen wir schon waren. Denn wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, es sieht so aus, als hätten wir so weit die Karte aufgedeckt. Wobei natürlich in der Mitte noch was auftauchen könnte. Ich seh da grad ganz viel... Vor allem da hinten sieht sich ganz viel Schleim. Oder Tinte. Aber das kann natürlich sein, dass das erst frei wird. Was auch meine Vermutung ist tatsächlich, dass da eh noch was kommt. Wenn Wut Bowser quasi einmal final besiegt wurde. Was nicht heißt, dass das in den Spiels ist. Das glaub ich wirklich nicht. Im Gegenteil. Aber gehen wir doch mal rüber in die Kraxel-Arena. Oh, verdammt. Da hab ich nicht aufgepasst. Da lacht er sich schlappt, der kleine Dreck, sagt er. Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Erst beim Übschnitt quasi. Dass Borojun sich vielleicht verschlappt hat, wenn wir getroffen wären. So. Letzte Runde gegen Katzenbombe. Okay. Ich glaub wir müssen mit Bombe herein, oder? Mit Katzenbombe. Zack. Lass mich verarschen. Lass mich verarschen, Junior. Oh. Oh, verdammt. Das war nicht geplant. Katzenbombe sehen irgendwie verknufflich aus, muss ich sagen. Na genau so. Ach okay, hier gibt's so Geld. Oh, mit Stacheln. Seh ich schon. Diesmal. Das ist nicht der Eingang. Ich muss irgendwie reinkommen. Weg. So, ich spieg mal um. Wenn irgendwie außenrum ein Weg ist. Den Hasen hatten wir schon. Ich muss hier wieder hoch, wa? Schade ich jetzt noch höher als letztes Mal. Oh, warte mal. Ich hab mal eben eine Feuerblume. Das kann, glaub ich, mal helfen ein bisschen. Genau. Zack, hier hoch. Ja, ist auf jeden Fall noch mal eine Etage höher als letztes Mal noch. Ich hab's wieder ein Bob-Bomb. Ah, ich brauch'n Bob-Bomb. Okay. Das bleibt auch ganz lange hier, ne? Hat gereicht. So, Bob-Bomb, komm her. Kleiner Drecksack. Jetzt wird's nochmal ein Ecki schwieriger. Mit den Stacheln, die da aus dem Boden schießen. Aber die fällt mir schon besser. So, zack. Erster Treffer. Das ist auch nicht so schwierig. Oh, sind's schon zwei? Oh, das war blöd. Das war jetzt blöd. Hat der vom Pompon gelernt, oder was? Der Idiot. Das war's. Oh, für Münzen. Der hielt's für einen Power-Up, wahrscheinlich. Was ist denn für den Bestand, der dann? Die Katze, so zack. Die Katze sieht mir natürlich auch. Immer müssen hier noch Wutblöcke sein. Die ich noch nicht gesehen hab bisher. Da ist auch eine Glocke. Sehe ich gerade. Aber die hatten wir wohl schon. Die können wir jetzt so wieder sammeln, neu. Was ich meinst, ist, dass mir die Wutblöcke fehlen hier in dem Gebiet. Ach, komm schon. Ich kann so hier hoch. Ich komm hier. Komm ich denn dann nur wieder raus, oder komm ich dann noch ganz oben? Ich komm nur raus, ne? Hätte ich mir denken können. Okay, war hier wieder hoch. Da ist die Katze ins Signal. Das ist auch die Wutblöcke, okay. Finde ich so cool, dass diese Arena immer größer wurde. Mit dir dein Signal quasi. Ja, okay. Hier war ich schon. Ja, damit. Aber wir haben fünf. Im Bestand, im Lager. Wir haben eigentlich fast alles voll im Lager, ne? Und Wutblöcke kommt, okay. Perfekt. Dann können wir direkt wieder hier runterspringen. Sehr schön. Das passt doch ganz gut gerade. Da ist er wieder. Ich glaube, seitdem wir ihn besiegt haben, nächstes Mal, das erste Mal wieder, ne? Der Koloss. Ich finde den echt geil, dieses Design von dem, ne? Ehrlich jetzt. Schießt der auf mich? Ich bin nicht sicher. Oh, da ist er. Komm mal hierher, Kollege. Da ist er. Ich bin auch noch nicht kaputt. Hä, ist er blöd? Sag mal, spielt er jetzt hier auch mal rum? Er soll mich abschießen, hier, der Depp. Da ist er wieder. Oh, verdammt, das hat er mich erwischt. Aber die Insignien haben wir auch. Die hole ich mir jetzt auch direkt. Dann ist er einmal weg. Das Gebiet ist geklärt damit. Alle fünf Insignien gefunden. Und damit können wir dann ins nächste aufbrechen. Und er nimmt schon mal ein bisschen Schaden. Das ist sehr gut. Ich bin ja mal gespannt, wir brauchen ja noch ein paar Insignien. Wir brauchen 40, glaube ich, war es, ne? Aber ich will sowieso die nächste Glocke nicht aktivieren. Ist die letzte, die wir auch noch im nächsten Gebiet. Ich will jetzt hier keine Doppel benutzen. Aber wir haben auch 34 erst, deswegen ist das eh egal. Oh, Plessy, bring uns doch mal, bitte noch mal hier rüber. Oh, da ist der nächste Glocke. Okay. Vielleicht soll ich den das nächste Mal auch holen? Die Zeit, pass auf, wo du hintrittst. Wird gemacht, Chef. Okay. Wir müssen da hoch. Okay. Schaffen wir. Cooler Paar Kuh, auf jeden Fall. Haben wir. Komm. Wird zwar knapp, aber wir haben es. Sehr schön. Damit haben wir hier auch schon vier Insignien, ne? Dann sind es doch die Wutblöcke, die da sind. Wenn ich mir nicht irre. Oh, sind die Blöcke hier sogar weg. Sehr schön, Mario. Ganz ehrlich, ich will da jetzt am liebsten einmal hoch. Gucken, wie ich zu den Wutblöcken kümmer. Ich glaube, dann warte ich auch direkt auf einmal Wutbowser. Die sind da hinten. Guck ich aber auch von hier aussehen, ist die Frage. Okay. Oh, fast geschafft. Gehen wir mal hier runter. Da kommt davon Leuchtung besser hin. Ich glaube fast schon. Sollte ich das kleiner. Was er hier war. Genau. Stern. Das sieht man ein bisschen mehr. Ich gehe mal auf den Turm rüber. Ich darf vielleicht da irgendwie einfach hinspringen können. Okay, cool. Ja, man kann einfach hierher springen. Achso, hier ist einfach ein Weg hoch. Das macht so ein einfacherer. Gut, dann werde ich jetzt nicht hier warten, natürlich. Plessy, wir gehen mal darüber zu der eigenen Signier da hinten, die da in der Luft schwebt. Kriegen wir die einfach mit dir? Ne, nicht wirklich. Ah, vielleicht mit einem der Blöcke hier. Das kann gut sein. Das ist jetzt die Signier. Da. Ah, perfekt. Nein. Doch nicht. Toll. Dann nehmen wir die nächste mit. Ist egal. Nehmen wir die nächsten Blöcke mit hier. Und warten oben. Oh, ja, den Sprung wollte ich jetzt nicht machen. Ey, Erich ist aber auch arschglatt, ne? Auf diesen, auf diesen, auf diesen Dingern hier. Da haben wir unsere nächste Signier, Leute. Die ist wahrscheinlich allgemein im Schmuse-Katzensee versteckt. Zack, da haben wir sie. Ey, Scholle voraus. Bin mir auch fast sicher, da hinten fehlt auch noch eine, ne? Also die Wubblicke haben wir da schon. Das waren dann tatsächlich die hier irgendwie an der, in der Mauer waren. Dann gehen wir da nochmal mit Plessy, würde ich sagen. Das ist doch die Wubblicke. Alles klar, dann haben wir ja hier vier geschafft eigentlich schon. Aber hier noch gar nichts. Deswegen fangen wir da jetzt erstmal an. Komm auf zu Plessy, da ist sie schon. Auf geht's. Was haben wir denn da? Oh. Eis-Pokey, auch Schnee-Pokeys. Aber weg. Weg. Und. Rechte ich abwerfen, die Cheep-Cheep? Nicht wirklich, ne? Oh, doch. War Junior auch geholfen? Geil. Ach so, nicht alle Giebner? Oh, da ist noch einer. Vieh ist hier in der Ecke versteckt, ey. Ehrlich jetzt. Da sind gerade die Köpfe von den Pokys, wir sind doch irgendwie da wie den Schneebeln. Hätte ja auch sein können. Und dann haben wir die nächste Katze. Sieht, der Kampf im Eis. 37. Das ist ein Power-Up. Das ist doch Dreck. Sehr gut. Die Katzen Mario Power-Up. Super Glocke. Das ist das letzte Kätzchen. Wisst ihr was, Leute? Das ist mir jetzt zu der Mutter. Ich will mir den Lex Leuchtturm strahlen lassen. Und Kätzchen zu Mutter bringen. Kommt hier nicht wieder hoch? Doch. Damit können wir jetzt zurückfahren, oder? Müssen wir, glaube ich, sogar. Ohne runterzufallen. Bitte. Wenn ich glaube, sobald ich schwimme, schmeißt Mario alles weg, was er gerade in der Hand hat. Auch die Katze, Bowser Jr.? Ja, was war das eben? Ich finde es ja cool, dass er da mit uns aufs Amtag geht, hier der Kleine. Also, Bowser Jr. meine ich. In seinem Clowns-Kutsche, da in seinem Clown-Card. Ich feiere das irgendwie, dass Bowser Jr. so ein Begleiter wird. Von Mario. Das war ja in Paper Mario. Ja, auch egal. Wir kriegen auch schon der Fall. Wo sie ihn da wieder glätten mussten und die Farbe zurückholen mussten. Wobei er da trotzdem irgendwo noch böse war, ne? Und auch hier ist er irgendwo noch böse. Wow, das war knapp. Alles klar, hier kann ich hoch. Sagt, hier sind doch die Wutlücke, aber ich will hier gar nicht weitermachen. Ich will da hinten durch. Jetzt die Sprünge verkacken, Mario. Müssen da jetzt rüberkommen. Um nur die Katze zu verlieren. Halt mal. Achso, hier kann ich stehen. Oh, das war schon knapp. Und? Nein, Wutbowser kommt. Shit. Habe ich es noch? Bis zur Mutter? Die werden ja böse, ne? Nein, ich schaffe es nicht mehr. Shit. Oder? Doch. Oh, so eben. Aber ich werde die jetzt trotzdem nicht direkt besiegen. Denn ich kann da jetzt die Wutblöcke wegmachen. Da hinten wieder. Plessy, bist du hier irgendwo? Ja, hier ist ein Steg. Sehr schön. Oh, nein. Ich abhocke. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Ach, hier sind sie auch. Hier bin ich doch schon richtig. Alter. Er geht hier richtig durch. So gucken die hoch. Alles klar. Da ist er weg. So. Mitnehmen hier direkt. Sauber. Zerstöre die Wutblöcke. Und dann sind wir hier fertig. Im trügerischen Turm. Nice. Das ist cool. So, er ist wieder weg. Wir können jetzt doch die Insignie holen von der Katzen. Von der Katzen eben. Und wenn wir dann eh schon auf dem Weg zurück sind. Video ist sich ja fast an, wenn wir... ...auch gleich den einen da hinten noch holen. Das letzte... Letztensicht in dem anderen Gebiet. Das Plessy hier. Hier. Okay, die Kamera ist so ziemlich beschissen. Äh, muss ich den Signen nehmen? Hab die so gekriegt? Warte mal. Die hab ich schon gekriegt. Na, egal. Hab ich jetzt gar nicht... Hab ich gar nicht gecheckt vorhin. Ehrlich nicht. Hab da gemerkt, wa? Dann können wir jetzt nochmal da hoch gehen. Das hab ich schon gemacht. Genau, da war auch ein Kampf. Was ist denn da hinten? Einmal nachgucken. Oh. Alles klar. Was ist da unten? Shit. Komm nicht hoch. Doch. Oha. Was denn hier? Oh. Hier kann man jetzt schon Münzen sammeln. Ja. Nice. Cooler Bonus. Ich muss die Kamera mal ein bisschen im Auge walten. Da rüber hier. Zack. Und hoch da. Was müssen wir jetzt hier noch machen? Schlüssel finden. Okay. Der Schlüssel zum Katzenkäfig. Den nehm ich mal. Dann muss ich wieder hier hoch, oder was? Den lieber mit dir. Und gucken hier nicht, dass ich den verpasse. Man kann hier hochspringen. Geht doch mal. Klapper gemacht. Oh Mann. Wo ist der verdammte Schlüssel? Nicht, dass er jetzt da oben ist. Wartet mal. Oh verdammte, geht die Wolke weg. Okay, dachte ich mir. Ups. Weg ist die Maus. Cooler Flug auf jeden Fall. Nehmen wir lieber wieder die Katze. Genau. Ist der Schlüssel ganz unten einfach, oder was? Was ist der hier drin? Ne, da sehe ich ihn nicht. Ich will mich jetzt aber nicht gewundert, wenn er da drin gewesen wäre. Da ist er, okay. Einmal von ganz unten nach ganz oben zurück. Alles klar. Verstehe. Oh, ich kann... Oh. Kamera mal ändern, bitte. Ich kann nicht mit Proplatz zurück, okay? Komm ich nicht hoch, oder? Komm mal auf hier. Den Pils. Ich kriege ihn jetzt wieder nach oben. Da ist da irgendwo was. Ah, hier kann ich langlaufen. Sollen wir die Kamera wieder? Genau so ist besser. Da komm ich hoch. Okay, alles klar. Ey, gut gemacht, auf jeden Fall. So, hoch hier. Na, Mario, danke. Das ist ja echt geil gelöst. Das feier ich irgendwie. Aha, geil. Geiles Secret. Ist hier schon mit Power, äh, mit Boost. Oh, hier sind die Stacheln. Oh, da muss ich aufpassen. Oh, hier kann ich einfach hoch, genau. Dann haben wir's doch. Gar kein Problem, Leute. War cooler Weg hier hoch, wieder zurück. Dadurch schon Nummer 40 und wir sind auch nicht mehr im nächsten Gebiet gewesen. Oh, hier sind alle die Signen weg. Eingesammelt. Da fielst du durch das eine Gebiet, wo wir noch gar keine Signen haben mittlerweile. Oder immer noch keine. Du hast 40 Katzen-Signen gesammelt. Das ertönt eine Nachricht von der Gigaglocke. Das Monster erwacht der Wache, auch ich. Wissen wir doch. Ich renne jetzt hier nochmal lang. Nicht viel gebracht, wahr? Das nehme ich auch nochmal mit. Oh, äh, Bootblauser wacht wieder auf. Er wacht wieder auf. Na gut, ich gehe jetzt auf als nächstes Gebiet. Und ich muss diese Phase wohl einfach mal aushalten jetzt. Ja gut, ich könnte ihn weghauen, klar. Mach ich jetzt aber nicht. Wie gesagt, ich möchte die nächste Gigaglocke, die ich aktivieren möchte, ist die im nächsten Gebiet. Also im nächsten großen Gebiet. Und die hier erstmal gar nicht. Die möchte ich gleich mal anruhen. Oh, schießt der hin. Alter. Was ist eigentlich mit den Katzen? Was machen die jetzt, wenn ich jetzt da hingehe? Einfach hauen. Oh. Ich habe mich von Bowser einmal erwischt, anscheinend. Weg hier, weg hier, Plessy, weg. Hau ab. Da hinten müssen wir hin. Oh, wir laufen fast direkt in die rein. Alles klar. Oh, da habe ich auf eine Propellerfestung. Lass den Leuchtturm schon, machen wir. Das ist mein Plan. Was ist das denn für Gegner? Oh Gott. Abbauen hier. Oh, fast wieder getroffen, ey. Und er haut wieder ab. Alles klar. Ach, dich vom Ackerkollege. Wir sind bald wieder, denke ich. So wüten kann er manchmal gar nicht sein, wenn er sich wieder verzieht von alleine, ne? Warte mal, hier ist eine Röhre. Da drüben geht es weiter, okay. Da geht es hoch. Was hier drin? Oh. Abkürzung? Okay, scheint eine Abkürzung zu sein. Auch nicht so schlimm, wie ich jetzt gerade ganz kurz dachte. Oh. Darf ich gehe hier mal hoch bei den Ringen, oder? Auch nicht. Hier geht es hoch. Geht es hier einen Katzen-Power-Up? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Aber hier geht es hoch. Ich gehe nach Hause weg, Junior. Weg. Hause weg. Wow. Tschüss, ihr Käfer. Hier hin einmal. Zwischenstopp, genau. Komm, den Turmkletterwort noch hoch. Okay. Oh. Ein Blatt. Auch neu. Tanuki-Power-Up. Ich habe da schon viele Blätter gefunden. War noch nicht einmal eingesetzt, glaube ich. Ich fände mir übrigens jetzt erst, auf dass ich schon Blätter gefunden habe. Wahrscheinlich hoch nach Münzen, weil die anderen Sachen voll sind, denke ich mal. Echt jetzt, hier sind Scherben. Egal. Die Scherben gucke ich mir nochmal später nachher rum. Ein anderes Mal. Das ist auch schon wieder eine Scherbe, okay. Oh Gott. Kann ich die jetzt auch mit dir? Die drüben auch noch, dann haben wir direkt schon mal zwei. Muss ich die nicht nochmal suchen. Perfekt. Das sind auch die letzten beiden, sehe ich gerade. Okay, dann müssen wir die nicht nochmal holen. Und hoch hier. Sind wir oben? Jawohl, wir sind oben. Geil, Leute. Damit haben wir die nächste Katzen siegen. Wir lassen den Leuchtturm strahlen. Und ich würde auch tatsächlich sagen, mit dieser Katzeninsignir, da geht noch was weg. Genau. Das ist ja was für Plessis. Sehr schön. Da ist auch eine Insel. Kommen wir jetzt wieder hier runter? Nein, ne? Wieder dann hier oben. Sehr gut. Jetzt hier wieder runter gehen. Und scheinbar auch empfohlen. Was ist denn hier oben? Ach, Münzen, okay. Äh, genau. Die Insel da hinten, die gucken wir uns auch noch an. Ist ja klar. Ah, hier kann ja da keine Ego-Perspektive annehmen. Aber ihr seht ja da hinten die Inselgruppe da hinten. Ne? Und ich würde tatsächlich sagen, hier, mit dem Aufstieg auf diesen Turm, werden wir die Folge heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video ein Like. Würde mich sehr überfreuen. Und genauso, wenn ihr es nicht so wieder einschaltet. Bis dahin. Tschö mit Öl. Euer Basukazu.